GARPA Dieser Name steht seit 30 Jahren für hochwertige Gartenmöbel, die jedem Wetter gewachsen sind. Und auch jeder Mode. Mit zeitlosen Formen, ausgewählten Materialien und einem Komfort zum Wohlfühlen. Jeder Garten, jeder noch so kleine Balkon ist eine Oase im Alltag. Mit Blick in einen solchen Garten gründete Heinz Holert 1979 die Firma GARPA. Schon damals seiner Zeit voraus führte er die erste hochwertige Teakmöbelkollektion in die deutsche Gartenwelt ein. Alles begann mit einer englischen Teakbank. In Ehren ergraut steht diese Bank seit der Gründung von GARPA vor über 30 Jahren am Stammhaus hier in Escheburg. Stark, schön und von keinem Wetter je aus der Fassung zu bringen. Sie verkörpert den Anspruch, den wir seit jeher an unsere Möbel und die in ihnen eingesetzten Materialien stellen. Dauerhafter Naturgewachsen zu sein und mit ihren zeitlosen Formen auch jeder Mode. Aus der privaten Leidenschaft für den Garten und dem Wunsch nach höchster Qualität entstand eine Geschäftsidee. Aus dieser Idee wurde ein Unternehmen und schließlich ein Begriff. GARPA wurde zum Synonym für englische Gartentradition in Deutschland. In den frühen 80er Jahren hat GARPA den Grundstein für anspruchsvolle Möblierung im Freien gelegt. Das Interesse an hochwertigen Gartenmöbeln wuchs. Das Angebot heute umfasst eine Vielzahl von Materialien und Stilen, die wir in enger Zusammenarbeit mit renommierten Designern entwickeln, exklusiv fertigen lassen und vertreiben. Das gesamte Sortiment. Von Möbeln, Sommerdächern bis hin zu Accessoires fasst der ebenso umfangreiche wie aufwändig hergestellte Jahreskatalog zusammen. Das attraktive Angebot richtet sich direkt und persönlich an Privathaushalte, wird aber ebenso an gehobene Hotellerie, Gastronomie bis hin zu Kreuzfahrtschiffen vertrieben. Von Anfang an haben wir uns entschieden, unser Sortiment nur direkt und persönlich anzubieten. Denn nur so können wir exzellente Beratung und kompetenten Service bis hin zur schnellen Lieferung in die Gärten und auf die Terrassen gewährleisten. Untertitelung des ZDF, 2020